In diesem Video schauen wir uns an, wie wir die Bäume für die 3D-Szene erstellt haben. Jeder kennt bestimmt das Add-on Sapling in Blender, was man über die Add-ons in den User-Preferences aktivieren kann und dann kann man im 3D-View, wenn man Objekte hinzufügt, über die Curve-Kategorie Add Tree auswählen und dann eben einen Baum erzeugen und im Operators Panel im Toolshelf kann man dann ganz viele verschiedene Einstellungen dazu machen. An und für sich ist das ein super Tool und gerade für Bäume, die man im Hintergrund verwendet, ist das ausgezeichnet, allerdings mag ich persönlich nicht so gern, dass diese ganzen Äste wirklich ineinander gesteckt aussehen, also für Nahaufnahmen ist das leider nicht so gut geeignet. Darum haben wir dieses Add-on auch für unsere Zähne nicht verwendet. Doch bevor wir uns anschauen, wie wir die Bäume für unsere Zähne gemacht haben, möchte ich euch noch auf das kostenpflichtige Blender-Add-on The Growth hinweisen. Diese Methode, die wir hier nachher verwenden werden, liefert leider keine ultra-realistischen Ergebnisse. Sie sind für viele Zähne annehmbar, doch wenn ihr wirklich realistische Bäume erstellen wollt, dann ist es sicherlich wert, das Geld für dieses Add-on zu investieren. Okay, schauen wir uns jetzt mal an, wie wir die Bäume für unsere Zähne umgesetzt haben. Doch bevor wir anfangen einen Baum zu modellieren, suchen wir uns aus dem Internet oder von Fotos einfach mal ein paar Referenzbilder. In diesem Video möchte ich eine Eiche erstellen und zum Beispiel auf Pixabay findet man sehr viele kostenlose, auch frei verwendbare Bilder. Hier sehen wir dann zum Beispiel drei verschiedene Eichen und daran kann ich mich dann sehr gut orientieren, wenn ich das Ganze in 3D umsetzen will. Um jetzt unseren Baum zu modellieren, selektiere ich unseren Standardwürfel, wechsle in den Edit-Mode und mit Alt und M at Center füge ich alle Vertices zu einem einzigen zusammen. Anschließend füge ich den Skin-Modifier hinzu. Wenn ich jetzt unseren einzelnen Vertex mit E extrudiere und daraus eine Kante mache, sehen wir, wird entlang dieser Kante ein richtiger Mesh erstellt. So und das heißt, wir können jetzt mehrfach extrudieren und somit eine dynamische Form erstellen. Wir sehen, wenn ich zwei Kanten aneinander habe, wirkt das Ganze sehr eckig und darum füge ich einen Subdivision-Surface-Modifier hinzu und schiebe diesen in der Modifier-Liste ganz nach oben, sodass der zuerst berechnet wird und dadurch sehen wir, wird aus der Ecke ein richtiger Bogen. So insgesamt wirkt das Ganze auch noch viel zu eckig und darum füge ich nach dem Skin-Modifier auch noch einen Subdivision-Surface-Modifier hinzu. Wenn wir jetzt mit dieser Methode unseren Baum modellieren, sieht das natürlich nicht so schick aus, wenn der Stamm und die verschiedenen Äste alle gleich dick sind. Und darum können wir mit STRG und A die selektierten Punkte größer oder kleiner machen und dadurch wird eben der Stamm oder die Äste dann dicker oder dünner. Und wie wir sehen, kann ich jetzt ganz einfach hier unten zum Beispiel die einzelnen Punkte extrudieren und so eine Wurzel erstellen. Wenn wir einen Skin-Modifier hinzufügen, können wir auch einen sogenannten Woot-Punkt festlegen, also wo die Wurzel sein soll. Entsprechend der Wurzel richten sich dann auch die ganzen Faces, die hier erzeugt werden, aus. Und den setzt ihr am besten wirklich dahin, wo der Baumstamm anfängt. Also in die Mitte der Wurzel. Dazu drückt dann hier einfach auf Mark Wood. So und auf diese Art und Weise modelliere ich jetzt Stück für Stück den Baum. Wichtig dabei ist, dass ich immer von unterschiedlichen Perspektiven die einzelnen Äste extrudiere, weil sonst alles platt auf einer Fläche liegen würde. Auch achte ich darauf, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, weil die kleinen Äste, die erzeugen wir später extra. Also nur bei den etwas dickeren Ästen bleiben. So und da ich etwas faul bin, möchte ich mir natürlich möglichst viel Zeit sparen. Darum selektiere ich jetzt von einem größeren Ast die ganzen Spitzen. Dann drücke ich STRG und Plus mehrfach, sodass die Selektion erweitert wird. So habe ich dann kurzerhand den ganzen Ast selektiert. Den dupliziere ich mir jetzt mit SHIFT und D und platziere den an einer anderen Stelle. Und damit dann dieser Ast auch wirklich zum Baum gehört, das heißt der Skin Modifier da auch drauf wirkt, muss ich den mit dem Baum verbinden. Dazu wähle ich dann einfach den Endpunkt vom Ast und einen Punkt am Baum und drücke F. Ein kleiner Trick, um das Rotieren von einem Ast etwas einfacher zu machen ist, dass wir hier unten im Header vom 3D View unter Pivot Point 3D Cursor auswählen. Und jetzt können wir ganz einfach an einem Punkt am Ast mit Linksklick unseren 3D Cursor hinsetzen und dann um diese Achse rotieren. Wenn wir den Skin Modifier verwenden und das Smooth Shading aktivieren wollen, dann geht das nicht über die Standardeinstellung, sondern wir müssen das in den Modifier aktivieren und zwar hier Smooth Shading. So, wenn ihr dann eine Weile modelliert, dann habt ihr natürlich nach kurzer Zeit auch einen fertigen Baum. Und für unsere Zähne sehen wir hier, habe ich sechs verschiedene Bäume erstellt. Zwei große, zwei mittlere und zwei kleine und zusätzlich habe ich auch noch zwei Büsche erstellt. Und ich habe natürlich auch nicht alle Bäume komplett von Grund auf neu gebaut. Ich habe sie mir dupliziert, mit STRG und A dann etwas dünner skaliert teilweise und dann einfach die Form der Äste etwas angepasst. So, ich schnappe mir jetzt einfach mal einen von diesen fertigen Bäumen. Und zusätzlich habe ich auch drei verschiedene Äste, auch wieder einen großen, einen mittleren und einen kleinen erstellt. Und zwar ganz genau so, wie ich auch den Baum erstellt habe. Das einzige, was ich hier anders gemacht habe, ist, dass ich keinen Subdivision Surface Modifier zusätzlich auf die Äste gepackt habe. Damit diese nicht so viel Speicher verbrauchen, weil wir davon nachher ganz viel an unserem Baum haben werden. Wichtig ist auch, dass unser Mittelpunkt von den jeweiligen Ästen unten am Ast Anfang ist. So, jetzt brauchen wir die Blätter für den Baum. Dazu gehe ich in die Pflanzendatei. Die Blätter haben wir ja zuvor erstellt. Und hier wähle ich mir jetzt das schöne Eichenblatt. Mit STRG und C kopiere ich mir das. Und mit STRG und V füge ich das in der anderen Datei mit meinem Baum ein. So, das Blatt skaliere ich schon mal auf die richtige Größe und verschiebe das einfach mal auf eine extra Ebene, damit wir daran in Ruhe arbeiten können. So, wenn wir uns einen Baum in der Natur betrachten, dann sprießen die Blätter nicht einfach so aus dem dicken Stamm oder aus den dicken Ästen, sondern die dicken Äste werden immer dünner, bis es nur noch ganz zarte Zweige sind und aus diesen zarten Zweigen sprießen dann die Blätter raus. So, und das werden wir jetzt hier erzeugen. Und dazu werden wir quasi so einen kleinen Zweig mit fünf verschiedenen Blättern erstellen. Ich wechsle als erstes in den Edit Mode und selektiere mal nur die beiden letzten Vertices am Stiel vom Blatt. Dann dupliziere ich mir das Blatt im Object Mode fünfmal. Danach join ich diese Blätter mit STRG und J. Und jetzt verbinde ich diese ganzen Blätter, indem ich mit E einfach die Stiele erweitere und dann in der Mitte zusammenfüge. Das Ende vom Hauptstiel lasse ich in der Mitte von unserer Szene enden, dann kann ich mit SHIFT und C einfach unseren 3D Cursor zurücksetzen und dann kann ich einfach im Object Mode Set Origin to 3D Cursor quasi unseren Objektmittelpunkt zum 3D Cursor setzen. Dann sehen wir jetzt unser Rotationspunkt genau hier am Ende vom Stiel. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir all unsere Objekte, die wir jetzt in dieser Szene haben, richtig bezeichnen. Als nächstes gehe ich die verschiedenen Äste durch und applye alle Modifier. Da wir jetzt ein Partikelsystem darauf setzen werden, funktioniert das leider nicht so gut mit dem Skin Modifier. Jetzt selektiere ich mir den größten Ast, gehe zu den Partikeleinstellungen, füge ein neues Partikelsystem hinzu und dann wechsle ich hier von Emitter auf Hair. Jetzt haben wir hier eine ganz schön haarige Angelegenheit. Die Anzahl der Haare stelle ich mal unter Mischen etwas runter auf 200. Hier oben aktiviere ich auch noch Advanced, damit wir ein paar zusätzliche Optionen haben, wie zum Beispiel Rotation. Und unter Render klicke ich hier auf Object und wähle darunter die Leaves aus, damit quasi die Haare durch diese Blätter ersetzt werden. So und jetzt sehen wir auch schon wachsen überall diese kleinen Blätter. Und die sind natürlich viel zu winzig und darum klicke ich unter Physics auf Size und erhöhe die Size, also die Größe. Und kann auch die Random Size etwas einstellen, damit die Blätter nicht alle gleich groß sind. So jetzt aktiviere ich Rotation und wir sehen die Blätter sind hier noch kreuz und quer. Und darum wähle ich hier unter Orientation Axis Normal aus, dann werden die Blätter anhand der normalen von den Flächen der Ästen ausgerichtet. Und wir sehen das sieht wesentlich besser aus, weil die ganzen Blätter dann in die gleiche Richtung ausgerichtet sind. So jetzt kann ich hier noch an den Random Werten rumspielen und an der Phase, um quasi die Rotation ein bisschen zufällig zu gestalten und auch allgemein die Rotation etwas zu steuern. Jetzt sehen wir, dass die Blätter überall am Ast wachsen. Das ist natürlich nicht so realistisch. Die sollen nur an den äußeren Spitzen wachsen. Und dazu wechsle ich in den Weight Paint Modus. Jetzt könnten wir natürlich ganz einfach die Spitzen unserer einzelnen Äste anmalen. Allerdings ist das viel zu aufwendig und darum verwenden wir einfach den kleinen Trick, dass wir Alt gedrückt halten und dann mit linker Maustaste hier einfach so einen Farbverlauf runterziehen. Danach wechsle ich zu Object Data und hier finden wir jetzt auch unsere Vertex Groups. Mit den Weight Painting haben wir quasi eine neue Vertex Group erstellt und die nenne ich um in Density, also Dichte. So und bei den Partikeleinstellungen unter Density kann ich jetzt mir auch diese Density Gruppe auswählen und jetzt wachsen die Blätter nur noch da, wo wir diese Vertex Group erstellt hatten. So und genau das gleiche mache ich jetzt auch mit den anderen beiden Ästen. Nur dass ich das Partikelsystem mir einfach hier aus der Datenbank kopiere, von dem großen Ast. Und wenn ich jetzt was verändern würde, würde das auf beiden Ästen passieren und darum klicke ich hier auf die 2 oder das Plus Symbol, um diese Einstellung einmal zu kopieren. Dann benenne ich die einfach um und das gleiche mache ich auch für den kleinen Ast. Und dadurch kann ich jetzt bei allen 3 Ästen einfach die Anzahl der Blätter unterschiedlich gestalten. Also die kleinen Äste bekommen weniger Blätter als die großen Äste. So als letztes muss ich hier auch noch jeweils eine Vertex Group erstellen im Weight Paint Modus, genauso wie auch beim großen Ast und die auch unter Vertex Groups in den Partikeleinstellungen auswählen. Und so haben wir in Nullkommanichts auch die beiden anderen Äste mit Blätter versehen. So, leider funktioniert es nicht, dass wir ein Objekt mit einem Partikelsystem dann einfach an den Baum packen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Äste an den Baum packen würden, dann hätte der Baum keine Blätter. Und darum müssen wir unsere Blätter direkt mit den Ästen verbinden. Um das Arbeiten danach etwas leichter zu gestalten, erstellen wir jetzt verschiedene Vertex Groups. Das heißt, ich selektiere mir als erstes unsere Blätter und im Edit Mode selektiere ich jetzt die kompletten Stile, füge unter Object Data Vertex Group eine neue Vertex Group hinzu, nenne die Branches Small und klicke auf Assign. Danach drücke ich STRG und I, um die Selektion zu invertieren. Dann sehen wir sind nur noch die Blätter ausgewählt. Dann füge ich eine neue Vertex Group hinzu und nenne die Leaves und ganz wichtig, klicke hier auch auf Assign. Danach wähle ich mir den Ast aus, füge hier auch eine neue Vertex Group hinzu, und nenne die Branche Big und klicke auch auf Assign. Jetzt selektiere ich den großen Ast und gehe zu den Modifier-Einstellungen und in Object Mode klicke ich hier unter Partikelsystem 1 auf Convert. Dadurch werden die ganzen Blätter in einzelne Mesh-Objekte umgewandelt. Ganz wichtig, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, klicken wir hier auf diesen Button, dann kommen wir zu den Partikelsystem-Einstellungen und hier entferne ich das Partikelsystem. Wenn wir das nicht machen und dann den nächsten Schritt tun würden, dann würde ein großes Durcheinander entstehen, also dieser Schritt ist ganz wichtig. So, jetzt deselektiere ich einmal alles und dann selektiere ich nochmal alles und achte darauf, dass der Ast als letztes selektiert ist. Und dann join ich hier alles mit STRG und J. Das heißt, wir sehen jetzt im Edit Mode ist wirklich alles miteinander verbunden und jetzt wäre es natürlich sehr schwierig hier konkret die einzelnen Blätter zu selektieren oder die Zweige von den Blättern oder überhaupt den großen Ast. Und darum hatten wir uns auch diese Vertex Groups erstellt. Die Density Vertex Group, die können wir mal entfernen mit dem Minus. Und wenn ich die jetzt hier mal durchklicke und auf Select klicke, sehen wir, werden die Blätter, die kleinen Zweige und der große Ast separat voneinander selektiert und wir können dann auch später quasi ganz einfach darauf verschiedene Effekte anwenden oder Materialien. So, das Ganze mache ich auf dieselbe Art und Weise auch für die anderen beiden Äste, also für den mittleren und den kleinen. Danach selektiere ich die und füge die in einer Gruppe zusammen mit STRG und G. Hier unten im Operators Panel kann ich dann die Gruppe umbenennen in Branches. Jetzt würde ich euch raten, dass ihr diesen Baum nochmal abspeichert, bevor ihr die verschiedenen Äste dran packt. Damit ihr noch die Skin Modifier Einstellungen habt. Das heißt, damit ihr von diesem Baum auch nochmal Variationen erstellen könnt. Das heißt, die nächste Variante würde ich unter einer neuen Version abspeichern, weil wir jetzt nämlich den ersten Subdivision Surface Modifier und den Skin Modifier applyen. Und das machen wir dann direkt auch. Das heißt, im Edit Mode haben wir jetzt noch das grobe Objekt, was dann aber nur durch einen Subdivision Surface Modifier noch abgerundet wird. Auch auf dem Baum füge ich einfach eine Vertex Group hinzu mit diesem Farbverlauf Alt und linker Maustaste. Und ich stelle hier Rate auf 0 und nehme dann von den mittleren Ästen bisschen was weg, damit dann die Äste wirklich nur oben am Baum wachsen. Die Vertex Group nenne ich wieder Density. Und dann füge ich auch, genauso wie auch beim Ast für die Blätter, jetzt hier am Baum auf dieselbe Art und Weise für die Äste ein Partikelsystem hinzu. Ich stelle also auf Hair, stelle die Haare ein bisschen runter, aktiviere Advanced. Unter Vertex Group wähle ich mir meine Density Gruppe aus. Und der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt unter Render Group auswählen und dann unsere Branches Group auswählen. Denn wir wollen jetzt nämlich, dass all diese drei Äste, die in dieser Gruppe vorhanden sind, gleichzeitig an diesem Baum verteilt werden. Unter Physics können wir jetzt wieder die Größe ändern und auch die Random Size etwas einstellen, dass die Äste alle ein bisschen unterschiedlich groß sind. Dann können wir auch mit der Rotation ein bisschen rumspielen. Das einzige, was wir hier nicht machen, ist, dass wir auf Normal stellen. Hier lassen wir Velocity Hair. Denn in einem späteren Video wollen wir euch zeigen, wie man mit Hair Dynamics diese Äste auch in Bewegung bringen kann. Und dazu braucht man dann diese Velocity Hair Option. Um jetzt die Äste noch ein bisschen durcheinander wachsen zu lassen, können wir hier oben unter Emission Random aktivieren. Fertig ist unser Baum. Was die Materialien, die Animation und die Simulation angeht, das schauen wir uns in separaten Videos an. Für unsere finale Szene hatten wir dann hier drei verschiedene Ast-Typen mit jeweils unterschiedlichen Blättern. Und so sahen dann unsere fertigen Bäume aus und auch der Busch. Und ihr seht schon, das läuft alles sehr rucklig und man kann natürlich auch in den Modify-Einstellungen beziehungsweise in den Partikel-Einstellungen das Partikel-System für die Viewport-Ansicht deaktivieren, indem wir hier das Auge deaktivieren. Diese ganzen Bäume, die wir jetzt erstellt haben, die sind eher für den Mittel beziehungsweise den Hintergrund geeignet. Aber wir sehen hier in unserer Szene haben wir vorne links auch einen sehr detailreichen Baum. Und wie ich den erstellt habe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich im Grunde genommen einfach einen der fertigen Bäume, die ich schon erzeugt hatte, genommen. Und dann unten am Stamm ein bisschen Details ran gesculptet. Wir sehen auch, dass sich hinten keine Details ran gesculptet hat, weil man den wirklich nur unten von vorne sieht. Damit die Oberfläche dann noch mehr wie Rinde aussieht, habe ich zuerst einen Subsurf-Modifier hinzugefügt und anschließend einen Displacement-Modifier mit einer Clouds-Textur. Das heißt, um jetzt so einen hochauflösenden Baum zu erstellen, selektiere ich einen unserer fertigen Bäume, applye den Subdivision-Surface-Modifier, damit wir schon mal grundlegend sehr hohe Details haben. Danach wechsle ich in den Sculpt-Mode. Meistens verwende ich hier den Clay Stripes Brush. Dann aktiviere ich Dynamic Topology, damit sich der Mesh automatisch unterteilt, wenn wir darauf rumzeichnen. Die Details stelle ich auf Constant Details. Das heißt, egal von wie weit weg oder wie nah wir an unserem Objekt dran sind, die Details, die hinzugefügt werden, bleiben immer gleich. Und damit die Auflösung von dem, was wir hier raufzeichnen, etwas höher ist, stelle ich die Prozentzahl etwas runter. Da das ein nicht-symmetrisches Objekt ist, deaktiviere ich die X-Achse unter Symmetry Lock. So, und jetzt kann ich ganz beliebig hier auf unserem Baum rumzeichnen und Stück für Stück die Details hinzufügen. Dabei orientiere ich mich natürlich an verschiedenen Referenzbildern, damit das auch möglichst realistisch aussieht. Zwischenzeitlich setze ich dann Stück für Stück die Prozentzahl auch weiter runter, um noch mehr Details hinzuzufügen, aber das Ganze nicht übertreiben. So, wenn ich zu weit zufrieden bin, wechsle ich einfach in den Object Mode, füge als erstes den Subdivision Surface Modifier hinzu, schiebe den ganz nach oben und anschließend füge ich den Displays Modifier hinzu. Hier klicke ich auf New und füge bei den Textureinstellungen eine Clouds Textur hinzu, stelle hier unter Noise auf Hard, damit die Kanten dann ein bisschen schärfer aussehen. Dann wähle ich mir unter Noise Bases einen Typ aus, der mir gefällt, zum Beispiel dieser Fornoi F2 F1. So, und damit wir die Details dann auch besser sehen, stelle ich mal bei den Displacement Modifier Einstellungen die Strength, also die Stärke etwas runter. Und das sieht soweit schon ganz gut aus, die Details sind mir allerdings noch zu grob. Darum wechsle ich wieder rüber zu den Textureinstellungen, setze die Size etwas runter, die Depths etwas hoch für mehr Details und als letztes aktiviere ich hier oben unter Color Ramp und kann hier mal den Schwarzwert ein bisschen hochschieben. Dadurch wird der Kontrast erhöht, das heißt das Ganze sieht noch ein bisschen krasser, schärfer aus. Und fertig ist unser Baum, beziehungsweise unsere Baumrinde. So, ihr fragt euch vielleicht, warum habe ich jetzt oben die ganzen Äste dran gelassen mit den ganzen Blättern. Das macht doch gar keinen Sinn, weil die sieht man ja eigentlich in der finalen Szene nicht. Was man aber doch sieht, ist der Schatten auf dem Boden, weil wir haben natürlich in unserer Szene dann auch ein Sonnenlicht. Und genau aus diesem Grund lasse ich die Blätter und auch die Äste oben an dem Baum dran.